Fest im Veranstaltungskalender der Stadt Geier verankert ist das Frühlingssingen im Lotterhof. Die musikalische Benefizveranstaltung wird alljährlich vom Förderverein Kulturmeile Geier organisiert. Die Gäste werden zum Zuhören und Mitsingen animiert, wenn Lieder von Anton Günther im Eingangsbereich des Lotterhofes erklingen. Musikalisch eröffneten die Jagdhornbläser Zwönitz-Erfalter diesen späten Freitagnachmittag. Musikalisch eröffnet die Jagdhornbläser Zwönitz-Erfalter diesen späten Freitagnachmittag. Auch der Silberlandchor unter der Leitung von Matthias Viertel und Dietmar Mayer fanden nach seiner Auflösung noch einmal zusammen, um den anwesenden Gästen das Erzgebirge musikalisch näher zu bringen. Aber auch bekannte Volkslieder, wieder vom Thola Hans Tonel, gab der stimmengewaltige Männerchor zum Besten. Mit der Biografie von Anton Günther hat sich Christa Schwenke lange Zeit befasst. Sie kennt zahlreiche Geschichten aus dem Leben des Heimatdichters und gab diese an das Publikum weiter. Der Erlös aus dieser Veranstaltung kommt dem 1566 erbauten Lotterhof zugute. Das Renaissancegebäude wird in diesem Jahr 450 Jahre alt. Dieses Jubiläum möchte der Förderverein Kultur Meilegeier im Juni diesen Jahres mit einer weiteren Veranstaltung krönen. Musik 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 Musik